Hi Leute! Die meisten Worte fallen so sinnlos wie Soldaten. Das ist eine ganz schöne Textseite von Blumenthof. Und wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du sprichst, dann wiederholst du nur das, was du schon weißt. Aber wenn du zuhörst, wenn du beobachtest, dann lernst du. Reden ist selber, Schweigen ist Gold.